Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Was habt ihr gemacht? Ihr wart doch heute noch Mittag auch hier. Was ist das denn? Habt ihr mal ein Seil oder was? Wir müssen das kann mir das mit mal mit dem Seil festbinden hier gerade. Was ist das denn? Bin ich aber ein bisschen langsam... Das ist ja unfassbar. Habt ihr, der hat doch gesehen, da muss da was drinnen sein? Ich musste gerade mal festbinden. Wann machen wir die Kiste denn auf? Mittwoch machen wir die Kiste, wollen wir die aufmachen, unter Polizeischutz. Am Mittwoch, meine Damen und Herren, machen wir die Kiste auf, unter Polizeischutz. Moment. So. Machen wir die Kiste unter Polizeischutz auf und am Mittwoch am Ende der Sendung? Egal was drin ist? Wird das vorher untersucht von, 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 von Feuer, Feuerwehr? Feuerwehr. Was ist denn hier los? Ihr habt doch da was mit zu tun. Ihr habt doch da was mit zu tun. Was ist das irgendwie? Wir haben, wir haben, wir haben hier, wir haben August. Ja, wir, ja, nicht das, Alter hier, das ist doch irgendwie, also am Mittwoch wird die Kiste aufgemacht, meine Damen. Das ist doch irgendwie, ne? Ja. Ja, ja, und natürlich wird die Kiste hier mit großem Brimborium geöffnet. Gucken Sie sich das hier an. Das Rätselraten hat ein Ende. Die obskure Kiste aus Übersee mit mysteriösem Inhalt wird endlich geöffnet. Am Mittwoch bei TV-Total. Ja, das sollen Sie nicht verpassen. Ein sehr, sehr spannender Tag. Ich selber weiß es auch nicht, was da drin ist, ja? Ich bin ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen erschrocken über das, was hier so, naja, wir werden es sehen. Am Mittwoch, meine Damen.